Ich hab Angst. Ich weiß, du sagst, ich würde dir genügen. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die du gewohnt bist zu bekommen und die ich dir nie, niemals im Leben geben kann. Und es mag funktionieren, für den Moment aber... Als du gegangen bist, hab ich mir geschworen, damit aufzuhören, wenn das dazu nötig ist, dich zurückzubekommen. Ich hab damit abgeschlossen. Du bedeutest mir mehr als alles andere. Ich will dir so sehr glauben. So sehr. Aber ich kann es nicht. Anna, gib mir deine Hand. Das bin ich. Alles von mir.